Auch wenn eure Eltern trauern, die Sommerferien sind Eltern frei. Denn die hier fahren zum Festival, die zwei gehen ins Kino, er fährt zu Tina nach Ulm und er auch mit dem Mitfahrerticket. Und die hier fahren in Europa-Park, kommen sogar noch günstiger rein. Mit dem Schülerferienticket für nur 29,90 lohnt sich schon auf der ersten Fahrt. Sind sie weg? Sie sind weg!